Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Semi-Supervised Learning im Machine Learning Bereich. Heute geht es um SVM Beispiel und ja, was man häufig macht, ist, dass man tatsächlich auch Daten wieder anlabelt, wenn man sich mehr oder weniger sicher ist, dass sie falsch waren. Das heißt, ihr habt letztes Mal hoffentlich mitbekommen, dass ein häufiges Problem vom Semi-Supervised Learning ist, wenn man sich früh falsch entscheidet, also irgendwas labelt, was man eigentlich noch nicht labeln sollte oder was man irgendwie falsch labelt, dann hat man das Problem, dass das ganze Verfahren nicht mehr richtig funktioniert. Und ja, ein großer Trick dann ist eben dabei, man unlabelt die Daten wieder. Das heißt, gelabelte Daten werden nicht mehr gelabelt sein. Also, wenn wir uns nicht mehr so konfident sind, dass sie wirklich zu einer gewissen Klasse dazugehören, wenn wir zum Beispiel einen Kreis haben oder sowas, dann werden die eben nicht mehr gelabelt. So, die SVM Lite macht sowas in der Art und ich möchte euch anhand von der einfach mal zeigen, wie man das tatsächlich so macht. Es ist nämlich nicht direkt ein Unlabeln, sondern es ist eher ein Umlabeln. Okay, schauen wir uns das Ganze mal an. Wir definieren uns für SVMs, also ich hoffe, ihr habt SVMs im Kopf, ansonsten würde ich euch einfach mal die komplette Reihe von SVMs mal empfehlen. Bei Support Vector Machines definieren wir uns einfach mal noch eine Error-Funktion oder eine Kosten-Funktion und ich glaube, dazu switche ich jetzt tatsächlich mal wieder hier rüber. Okay, also wir definieren uns eine sogenannte Kosten-Funktion oder Loss-Funktion, also eine, was wir verloren haben sozusagen. Die ist abhängig von Y, also unserem Label, und von der Funktion selbst, also F von X und natürlich den Gewichten. So, das ist sozusagen das, was unser Klassifikator ausspuckt und das ist das, was unser Label ausspuckt. So, und das kann jetzt zum Beispiel, also normalerweise nimmt man sowas in der Art, aber das kann auch, wie gesagt, was anderes sein. Normalerweise nimmt man aber jetzt hier Y minus F von X und W und das Ganze zum Quadrat, damit man hier eben den Abstand hat und nicht irgendwie negative Werte oder sowas bekommt. Das definieren wir uns jetzt einfach mal als sogenannte Loss-Funktion, also L. So, und unsere Gesamtkosten sind jetzt einfach eine normierte Summe hier rüber, das heißt, wir haben auch nur empirische, also gemessene Gesamtkosten. Das heißt, wir haben L Gesamt von unserem Gewichtsvektor W ist gleich und jetzt nehmen wir uns einfach die Summe, ich schreibe jetzt hier tatsächlich einfach mal nur Sum hin, über alle Daten, und zwar, von was die Summe? Naja, von der Loss-Funktion, die wir ja bisher hatten, Y mit Datenpunkt, also das Y, wir nehmen jetzt jeden einzelnen Datenpunkt, wir iterieren über I drüber, F von X, Y, also dem I-ten Datenpunkt tatsächlich, dann das Y, Y war das I-te Label, W bleibt dasselbe und das Ganze teilen wir einfach durch, noch durch die Gesamtanzahl von Datenpunkten, die wir haben. I läuft hier von 1 bis N, also über alle Datenpunkte einfach drüber, das ist unser Gesamterror, den wir haben. Okay, den wollen wir natürlich minimieren im Prinzip. Und ja, wir haben schon ein paar andere Ansätze mit Soft-Margin und so weiter, hatten wir ja alle schon uns angeguckt, Slack-Variable und bla, pipapo und alles. Gut, SVM Lite macht jetzt folgendes, und zwar, ja, ich schreibe den einfach mal hier so hin erstmal und dann schauen wir uns den grafisch an. Und zwar, zuerst einmal trainieren wir, wie wir es gewohnt sind vom Selbstlernen, also vom Self-Learning-Algorithmus, wir trainieren die SVM mit den gelabelten Daten XL und YL. Also einfach mit den Daten, die wir gelabelt haben, können wir ja super die SVM trainieren und alles ist wunderbar. So, danach klassifizieren wir einfach mal alles wieder, wie wir es auch vom Self-Learning gewohnt sind. Also wir klassifizieren die XI, genau wie wir es vom Self-Learning eben gewohnt sind. Falls ihr es nicht wisst, dann schaut euch das Video dazu an, ist wirklich wichtig in dem Fall jetzt. Und jetzt machen wir was Interessantes. Jetzt gehen wir tatsächlich, also, wir gehen her und schauen, ob gewisse Sachen Switchable sind. Switchable ist nochmal ein neuer Algorithmus oder eine neue Funktion, wenn ihr wollt. Switchable von I und J. So, Switchable schauen wir uns jetzt mal genauer an. Wir kriegen nämlich folgendes her. Das machen wir jetzt mal grafisch. Und zwar ist es für einzelne Datenpunkte jetzt einfach gedacht. Ja, mit Weiß auf Weiß, das macht wenig Sinn. Okay, wir haben hier unsere Loss-Funktion, also da hätten wir kein Fehler, kein Error, kein Loss, kein gar nichts. Das war die Funktion, die wir uns gerade definiert hatten. Das ist sozusagen unser Null. So, unser Loss kann jetzt in zwei Richtungen gehen, nämlich in Klasse 1 Richtung und in Klasse 2 Richtung. Also, zum Beispiel, dass es etwas ist oder dass es etwas nicht ist. Das wären unsere beiden Losses. Und jetzt haben wir hier verschiedene Datenpunkte, nämlich, ich mache die mal wieder ein bisschen dicker hier. Die sind klassifiziert als, es ist nicht und sie sind klassifiziert als, es ist etwas. Also, das wäre jetzt sozusagen, das wäre der Standardgrüne Bereich und das hier unten wäre der Standardrote Bereich. So, und jetzt machen wir das aber mal folgendermaßen. Wir haben hier einen roten Blob, obwohl hier eigentlich der grüne Bereich ist. Ich male hier gerade mal so ein bisschen grüner Hintergrund hierher, damit wir wissen, dass es eigentlich alles grün ist hier. So, und jetzt haben wir hier unten, hier haben wir einen grünen Blob. Also, wir haben Error in dem Bereich von der, es ist nicht Klasse oder von der negativen Klasse, obwohl wir, ja, normalerweise gehört dieser grüne Datenpunkt natürlich hier hoch und der rote gehört hier runter. Also, so, was man jetzt macht bei der SVM Lite ist einfach folgendes. Wir nehmen uns jeweils zwei solche tauschbaren, ich hätte das ganz gerne nicht in Rot, sondern in Schwarz. Wir nehmen uns zwei von diesen tauschbaren Punkten, das heißt, die beide falsch klassifiziert wurden und tauschen die. Aber wirklich nur, wenn hier der Fehler größer Null ist, das heißt, die gehören eigentlich jeweils auf die andere Seite, dann tauschen wir einfach ihre Labels, das heißt, der hier wird rot. Achso, ja, ich sollte vielleicht wieder den Pinsel nehmen. Der hier wird rot und der andere wird grün. So, und jetzt haben wir hier die Folgen, also bei beiden Datenpunkten einfach den Error, ja, weggekriegt sozusagen. Und davor hatten wir das hier als Loss, also als Error-Funktion definiert und das hier auch. Und jetzt haben wir die beiden Datenpunkte nicht mehr. Vorsicht, wenn ich jetzt hier einen grünen Punkt habe und einen roten Punkt, dann sind die beiden nicht switchable, weil der grüne Punkt ist ja schon auf der richtigen Seite. Das geht nur, wenn der grüne Punkt hier drüben ist, also auf der falschen Seite. Egal, wo er auf der falschen Seite liegt, das ist uns wurscht. Aber er muss auf jeden Fall auf der anderen Seite liegen. Ich kann jetzt nicht die beiden tauschen, denn danach hätte ich ja den Fehler vergrößert. Wenn ich hier jetzt grün reinmache und da rot, dann habe ich von dem Fehler, vorher war der Fehler das hier, das heißt, keine Ahnung, zum Beispiel 5. Und danach ist der Fehler bis hier hoch, zum Beispiel 6 oder 7. Das heißt, die beiden kann ich nicht tauschen. Das ist meine switchable-Funktion im Prinzip. Als Algorithmus jetzt aufgeschrieben, wäre switchable quasi als ein Statement sogar. Ich schreibe jetzt y, also es sind yi, muss gleich 1 sein. Also einer von diesen beiden Datenpunkten, es ist egal, ob switchable i, j gilt oder switchable j, i gilt, dann können wir das machen. Also es muss ein Datenpunkt, i zum Beispiel jetzt in dem Fall, muss 1 sein, also positiv. 1 bedeutet jetzt in dem Fall, okay, wir haben eine Klassifikation grün. Das hier wäre der 1-Bereich, der rote Bereich wäre der minus 1-Bereich. Also yj gleich minus 1 und es muss gelten, jetzt fange ich einfach mal in der neuen Zeile an, dass das Loss von yi, yi in der Klasse 1 mit der Funktion f von xi, also wir berechnen uns einfach den Fehler von yi als positiv klassifiziert plus der Fehler dafür, also wir hatten es L glaube ich genannt, nur die L-Funktion, dann schreiben wir hier auch nur L hin, also das Loss von unserem Datenpunkt i klassifiziert als Klasse positiv mit der Funktion hier gegeben plus das Loss, dass der Datenpunkt j negativ ist, gegeben diese Funktion xj, warum habe ich denn jetzt, ach ich habe Caps aktiviert, xj, das muss größer sein, also dieser Fehler, dass wir das, dass die aktuelle Klassifikation schlecht, es muss schlechter sein, als wenn wir diese Datenpunkte tauschen würden. Das heißt, der Fehler muss größer sein, wie wenn wir sagen würden, okay, wir packen jetzt yi auf die andere Seite, nämlich auf minus 1 und yj packen wir auf die Seite 1. Wenn dieser Fehler größer ist, dann sind sie tauschbar, ansonsten sind sie nicht tauschbar. Das heißt, das, was ich euch im Prinzip schon die ganze Zeit erklärt habe. Und dann tauschen wir diese Dinger. Jetzt, warum tauschen wir sie, warum berechnen wir nicht einfach nur das Loss? Das ist, damit die Datenpunkte ungefähr ausbalanciert sind. Das heißt, es sollte ungefähr gleich viele Datenpunkte auf der roten und auf der grünen Seite geben. Und das ist eine Vorannahme, die muss aber auch erfüllt sein, damit dieser SVM-Light-Algorithmus überhaupt funktioniert. Ja, also ungefähr gleich viele Datenpunkte auf roter und grüner Seite, dann funktioniert das wunderbar. Okay, gut, das ist eigentlich auch schon der ganze Trick dahinter. Der Minimierungs-Algorithmus und so weiter für die SVM bleibt alles genau dasselbe. Bloß, dass wir halt einmal das Label, das wir haben, benutzen zum Minimieren und einmal benutzen wir das errechnete Label von der SVM, also das, was wir hier quasi durch diese SVM bekommen. Einmal benutzen wir das hier als Label y und einmal benutzen wir das, was wir schon tatsächlich gegeben haben, von den gelabelten Daten zu minimieren. Ansonsten bleibt das wie bei einer normalen SVM auch und dann quasi wie beim Self-Learning auch. Okay, super, dann war es das eigentlich auch schon wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.